Übervoll präsentieren sich die Regale in den heimischen Supermärkten und das bis Ladenschluss. Was nicht rechtzeitig an den Kunden gebracht wird, landet oft im Müll. Die Braunauer Tafel macht es sich seit 2009 zur Aufgabe, zumindest einen Teil davon vor der Tonne zu bewahren und mit der Weitergabe an bedürftige und sozial schlechter gestellte Personen sinnvoll zu verwerten. Durch was unterscheidet sich die Tafel von Sozialmärkten? Die Sozialmärkte verkaufen die Lebensmittel, die sie an ihre Kunden abgeben, zu einem geringen Preis, der wesentlich niedriger ist als der normale Verkaufspreis in den Geschäften. Bei der Tafel ist es so, dass wir die Lebensmittel von den Märkten einsammeln und sortieren und dann an die Menschen mit geringem Einkommen kostenlos abgeben. Menschen helfen und Lebensmittel im Müll verhindern – die Devise der Braunauer Tafel. Was damals als Ausgabestelle der in Bayern gegründeten Arnstorfer Tafel begann, ist seit 2016 ein eigenständiges Projekt. Welche Personen sind anspruchsberechtigt? Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich alle Personen, die ein niedriges Einkommen haben, das unseren Grenzwerten entspricht. Wir richten uns da im Wesentlichen nach der Mindestsicherung, beziehungsweise sind wir knapp darüber, sodass wir auf jeden Fall gewährleisten können, dass Personen mit niedrigem Einkommen bei uns anspruchsberechtigt sind und je nachdem, wie viele Personen im Haushalt vorhanden sind, kann das Einkommen auch ein bisschen höher sein, sodass wir auf die individuelle Situation der Familie eingehen können. Die Einkommen werden von uns einmalig überprüft und einmal im Jahr, am Jahresanfang, wird geschaut, ob die Einkommensgrenzen noch stimmen, beziehungsweise ob die Voraussetzungen noch gegeben sind, dass sie bei uns Waren beziehen können. Rund 70 freiwillige Helfer unterstützen die Braunauer Tafeln nach Kräften, sei es Warentransport, Qualitätskontrolle, Vorbereitung der Ausgabe oder Administration. Der Tag beginnt für Sie bereits um 7 Uhr früh. Da werden bereits die Lebensmittel in den umliegenden Geschäften abgeholt und zur Ausgabestelle im Veranstaltungszentrum Braunau gebracht. Spenden kommen oft auch spontan von Privatpersonen. Andererseits sind wir Mitglied im österreichischen Tafelverband und über diesen Verband beziehen wir auch Waren, die zum Teil von Großproduzenten abgegeben werden, weil sie im Handel nicht mehr verwendet werden können. Gleichzeitig ist es so, dass wir sehrfach im Jahr mit Unterstützung einerseits vom Lions Club, andererseits mit eigenen Mitarbeitern zu den großen Einkaufsgeschäften gehen und die Kunden fragen, ob sie ein Stück mehr kaufen wollen und das dann zugunsten der Tafel spenden. Und auf diese Art bekommen wir auch frische Lebensmittel, die gut haltbar sind und mit der wir unser Sortiment ergänzen können. Kaputte Verpackungen und verdorbene Lebensmittel werden akribisch aussortiert. Am Nachmittag kommen die Klienten mit ihren Einkaufstaschen und wir füllen die Taschen dann an in dem Ausmaß, wie die Waren zur Verfügung stehen. Einerseits und andererseits richten wir uns nach der Familiengröße. Das heißt, Einzelpersonen bekommen natürlich weniger, also Familien mit zwei, drei Kindern, die kriegen natürlich wesentlich mehr. Und Pensionisten brauchen auch vielleicht wieder andere Sachen. Wir haben auch ausländische Kunden, die zum Beispiel Muslime sind und die kein Schweinefleisch konsumieren wollen. Auf solche Sachen nehmen wir natürlich Rücksicht und geben entsprechende Waren ab, damit sie auch dann sinnvoll verwendet werden. Und die Ausgabe erfolgt immer am Samstag, einmal wöchentlich. Wir sind ganzjährig da präsent. Mit Ausnahme der Weihnachtszeit, da machen wir eine kurze Pause, damit unsere Helferinnen und Helfer auch einmal eine verdiente Unterbrechung haben. Derzeit kommen zwischen 65 und 70 Personen regelmäßig zur Tafel. Wichtig hierbei, keine Hemmungen oder Scham zu haben. In der Braunauer Tafel ist jeder, der die Kriterien erfüllt, herzlich willkommen.